Halt, was ist denn das? Achso, das ist der Typ, da komme ich ja noch nicht rein. So. Oh, was, da haben wir doch. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adevalet, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Achilles? Nee, oder? Achilles, die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Macondals Mann seine Aufgabe vor dem Wegen erfüllt? Ich weiß es nicht. Rondredi wurde nicht gefunden. Er war ein starker Maroon. Einer von Macondals besten Schülern. Schande. So wissen wir nicht, ob er die Städte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Die Grafik ist jetzt nun nicht PS4-Grafik. Das seht ihr hier zum Baum. Hier, so. Ja, also, das ist nun mal nicht PS4-Grafik. Aber ist doch Achilles, weil das Haus kommt mir bekannt vor. Das ist der von Assassin's Creed 3, der von, also der Schützling, also der Meister sozusagen, der Connor alle beibringt. Das lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Drei Stück. Nehmen wir denn als erstes. Nehmen wir einfach den, der hier vorne gerade dran ist. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier. Benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Schießt auf die Ziele. Nehmt euch ruhig Zeit. Aber nicht zu viel, denn es gibt noch mehr zu tun. Nachladen. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Na los. Beeilung. Was heißt denn? Ja. Was wir denn da? Das schaffe ich doch wieder nicht. Ach. Oh, toll. Jetzt habe ich mich verlofen. Und. Oh. Na komm. 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 Wir können doch besser schießen. Na komm. 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 Nellah. Ah, ja. Die Zeit läuft ab. Und? So, und jetzt... ...mit den ersten, okay? ...tausend Wege studieren, Leben zu nehmen. Ihr beiden, macht euch nützlich und achtet auf Shay. Okay, und nun? Okay. Ich bin überrascht. Greift an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was ist hart. Okay. Okay, jetzt hab ich sie erhofft. Jetzt weiß ich, was sie will. Ich weiß nicht, wie der Hase läuft. Greift an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was es traf. Er ist da drüben! Shit. an und euer ziel wird nie erfahren was was so von oben und beim sprinten reift an einer ecke an und euer ziel wird nie erfahren was es traf scheiße mann beim sprinten in der tat viel besser geworden warte ich denke bisher stelle ich mich ganz gut an vielleicht aber ich kann euch mehr lehren ja 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 so cool oh Wo wäre er denn hin mit mir? Okay. Benutzt alle eure Sinne zur Beutejagd. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Und wie? So. Aha. Cool. Also das ist so wie bei Blackflake, dass ich jetzt hier Sachen sammeln muss. Bei Connor war das Glocke auch so. Das ist schon zu lange her. Und dann kann ich hier Beutel und was weiß ich alles machen. Ach du? Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. Achilles? Ah. Okay. Wer soll jetzt Achilles suchen? Okay. Ja. Ja. Hey, wie ich hörte, seid ein bemerkenswerter Schütze. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Der Achilles mit dem weißen Assassinenklamotten ist der Mentor aus Assassin's Creed 3 von Connor. Und der andere farbige links, der ist der Quartiermeister, keine Ahnung, von Edward Kenway aus Black Flag. Praktisch der Opa von, ja, der Opa von Connor. Und da kannten die... Sehr krass. Eine Skript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles weitere obliegt euch, mein Freund. Lehmt wohl, Adewale. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Okay, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Eine Stunde sieben. Na, wir flitzen jetzt noch hier runter und dann... Und. Ach, ach! Und. 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 Oh. Sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. So. Oh. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shane. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als vertraut. Liam. Wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenige Wissen über die Edensplitte. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam. Ihr seid ein rechter Einfaltspinsel, wenn ihr annehmt. Jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Danach Hill ist Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Was ist Connor? Achilles? Connor? Ah, das ist doch, glaube ich, der erste Sohn von Achilles, der gestorben ist. Und Connor heißt ja eigentlich anders. Und der hat ja von Achilles seinen Namen gekriegt. Ja. 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 Oh. War ich jetzt falsch eingeschätzt? Habe ich falsches Augenmaß? Aufgeräte Achilles. Bei etwas so vielfältiger. Aber bei Geltzee, das ist nicht so vielfältig. Es sei denn wie auch. Ich hoffe aufgleichen, ich leide mich. Schon in dieser Geltzüge. Ich hoffe auf die Geltzlücke. Ich hoffe auf der Geltzüge. Ich will aber erstmal gucken, ob ich vielleicht von Assassin's Creed 3 oder Black Flag so ja was übernehmen kann. Da sind Säbel. Da ist mein Schiff. Kaufen, verkaufen. Ware habe ich. Was ist das? Oh, schwarz-rot. Geil. Oh, aber 16.000. 300.000. Oh, Preis 500. 25.000. 20.000, Alter, leck mich doch am Arsch. Da kann ich aber ordentlich sparen hier. Sachen mit bei, die gab es vorher nicht. Kajüter, das ist wichtig, die muss ich als erstes aufwerten. Umso mehr Männer und umso besser wird das. Das ist für die Schlachten gut. Beiboot, Harpun. Achso, das muss ich auch wieder jagen. Also kann ich hier nichts übernehmen, muss ich alles wieder neu. So. Whoa. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh. Oh. Vielen Dank.